Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute bauen wir mal etwas für unser Militär. Und zwar einen russischen Panzer und zwar den T-14 Amater, der aktuell neuste Panzer der Russen. Und damit der natürlich in Minecraft auch Gestalten nimmt, müssen wir ihn natürlich erstmal bauen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's gleich mal los. Für den Start holen wir uns dann erstmal ein paar Bruchsteinstufen raus, davon die Treppe, politisch Schwarzstein, Knopf, Tiefenschiefer, Fliesenstufen, denn dunkle Prismarintreppen, Blöcke und Stufen und Württreppen und davon auch nochmal die Stufe. Bei unserem Panzer geht's erstmal los mit den Ketten und zwar werden wir uns jetzt einfach mal eine Treppe erstmal umgedreht platzieren, dahinter eine Stufe. Und dann machen wir jeweils, wenn wir einen Block dazwischen freilassen, vier Blöcke uns einmal hin, verbinden die einfach mal nochmal mit den Stufen und ganz hinten setzt du nochmal eine Stufe ran. Jetzt lassen wir bei unserem Panzer, sag ich mal, drei Blöcke Platz. Ich hab drei Blöcke gesagt, drei Blöcke Platz und dann machen wir hier nochmal die Kette einmal so hin. Also erstmal umgedreht die Treppe und dann immer einen Block freilassen und dann setzen wir hier vier Blöcke einmal hin. Dazwischen könnt ihr immer wieder eine Stufe platzieren und ganz hinten setzen wir an den Block oben ran nochmal eine Stufe. So, an die Blöcke Platz sehen wir jetzt einmal unsere Knöpfe auf beiden Seiten. Sobald wir das erledigt haben, nehmen wir unsere, ja, Tiefenschiefer, Fliesenstufen und platzieren die jetzt auf der gleichen Ebene, ja, wie jetzt hier, sag ich mal, unsere Ketten sind. So, von hinten bis nach vorne ziehen wir die einmal, wenn wir die dann wieder nach vorne gezogen haben, können wir ganz vorne erstmal zwei Treppen hier raufsetzen an den Seiten. Dann setzt die hier eine Stufenreihe dazwischen einmal hin, dahinter dann wieder eine Treppenreihe. Und jetzt nehmen wir unsere Blockreihe und ziehen die einmal auf beiden Seiten komplett bis nach hinten. So, obwohl halt nicht komplett, denn hier wollen wir mal, oh, ich lasse es mal, einfach mal zwei Blöcke hinten Platz. Dann setze ich jetzt hier eine umgültige Treppe hin, daran dann nochmal eine Stufe. Und ganz hinten setze ich einfach mir die Treppen so hin, dass die sich miteinander verbinden und dass sie hinten so ein bisschen abschließen. So, die Mitte hier, die können wir erst einmal zuziehen mit unseren Blöcken. Sobald wir das zu haben, geht es jetzt heran, dass wir auch den Turm bauen. So, wir hatten ja vorne hier einmal so eine Treppenreihe, dann lasst ihr hinter eine Blockreihe Platz. Jetzt nehmen wir unsere Wirttreppen, setzen die an der Seite einmal hin. An der Seite hier setzen wir die einfach einmal umgedreht hin, auf der anderen Seite bitte auch. So, einfach einmal umgedreht. Jetzt nehmt ihr einfach mal eure Prismarientreppen, setzt die jetzt einmal angeeckt hier hinten einmal ran. Dann nehmt ihr eure Stufen, so, ich setze sie jetzt mir hier so schräg an den Seiten, jeweils eine weitere Stufe hin und gehe nochmal einmal weiter nach hinten und auch hier wieder eine Stufe hin. So, die Mitte hier, die könnt ihr einmal zuziehen mit euren, ja, Holzstufen, macht daraus einfach Blöcke hin. Ganz hinten lasst ihr einmal frei, denn hier setzen wir nochmal eine Mauer hin. Ich habe mir die mal rausgeholt, poliert die schiefen Schiefer, also tiefen Schiefer Mauer. Setze ich mir da einmal hin. So, dann nehme ich mir wieder meine Stufe zur Hand. So, der Turm ist noch nicht ganz fertig. Ich setze mir ganz vorne hier in die Lücke, die wir hier haben, zwischen den Treppen, nach oben durch die Treppe rein. Und dann könnt ihr hier euer Kanonenrohr nach vorne einmal ziehen. Muss ich selber mal kurz gucken. Ich würde mal sagen, das Kanonenrohr, das mit zwei Stufen überstehen. Und ganz vorne, die letzte Stufe tausche ich mir aus, durch unsere dunkle Prismarienstufe. So, jetzt können wir den Turm noch ein bisschen erhöhen, indem ich mir jetzt hier oben drauf nochmal eine weitere Stufenreihe platziere. Auch kann ich erstmal komplett hier einmal mir überall verteilen. So, dann ist der Turm erstmal so ein bisschen vorgeformt. Jetzt möchte ich mir natürlich noch, sag ich mal, ein Geschütz oder sowas hier mit drauf basteln. Da setze ich mir hier am besten hin, dass ich mir hier vorne die Ecke mal so frei mache. Da einfach einen Block hin. Dann kann man noch, wie soll ich mal sagen, die Seite auch nochmal frei hauen. Warte, nee, die Seite frei hauen. Dann machen wir da später noch eine Antenne hin. Muss ich gerade nochmal ein bisschen gucken. Ich würde mal hier vorne auch noch meine Stufe drauf setzen. Genau. Für unseren Panzer holen wir uns jetzt noch ein paar Eisenfalltüren raus. Amboss, grüner Beton, denn ein bisschen Teppich, brauner und grüner. Dann noch ein paar Wülffalltüren, Schwarzeichenfalltüren, ein paar Eisengitter begleiten uns und einen Blitzstab. Dann bauen wir erstmal unsere Eisenfalltüren und Amboss und zwar ganz hinten bei meinem Panzer setze ich mir einmal meinen Motor rein. Da forme ich mir hinten das einfach wie so ein U. Und dann, zack, Amboss einmal bitte platzieren und darüber decken wir das einmal ab mit unseren Eisenfalltüren. Du kannst die Eisenfalltür auch nochmal vorne nehmen für die Einstiegsduke unseres Fahrers hier, dass er auch rausgucken kann. So, dann setzen wir die natürlich hier vorne einmal hin. Dann nehmen wir mal unseren grünen Beton und ich würde hier einfach mal, muss ich mal kurz gucken, genau. Also hier vorne einfach mal, drei Blöcke schlage ich hier einfach weg. Setze hier mal den grünen Beton hin, lasse einen Block Platz und dann setze ich hier nochmal, zack. Ups, nochmal dreimal den grünen Beton einmal rein. Auf der anderen Seite auch nochmal. Also ersten drei Blöcke hier einmal austauschen, einen freilassen und nochmal drei austauschen. Denn unser Panzer soll ja ein bisschen Farbe kriegen, da soll ja nicht nur in dieser einen Farbe zu sehen sein. Jetzt könnt ihr ganz vorne noch ein paar weitere Panzerplatten hier vorne einmal platzieren, damit das hier noch ein bisschen mehr geschützt ist. Aber dann machen wir auf der anderen Seite genauso. Hinten würde ich mal sagen, setze ich mir einfach nochmal ein bisschen Gitter hin, dass das hier Heck beim Motor auch geschützt ist. So, einfach vorne ran. Dann nehme ich mir noch meine Würrtreppen oder Würrfeiltüren, setze mir die hier hinten einmal hin. Die haben natürlich jetzt so ein Nuss da, da müsst ihr mal gucken, wie ihr euch das machen wollt, ob die Linien seitlich sind oder halt direkt von vorne. Eine setze ich mir auch nochmal hier hin. Jetzt können wir natürlich oben beim Turm auch nochmal eine kleine Funkantenne setzen. Eisen geht da und ganz oben dann halt hier die Antenne an sich damit darzustellen ist. Dann nehmen wir einfach den Blitzstab. Ist auch nicht schlecht, wenn der Panzer so ein bisschen aus Holz gebaut ist. Sollte es mal ein Gewitter geben, leitet, sag ich mal, diese Antenne auch Blitze ab, sodass unser Panzer wirklich feuerfest ist. So, jetzt können wir ihn natürlich noch ein bisschen anmalen, damit er für unsere Feinde nicht zu erkennen ist. Einfach hier einfach unseren Teppich platzieren. Einfach wie kühlig könnt ihr euch das hier so ein bisschen hinsetzen. Immer so ein Wechsel ein bisschen. So, auf der Vorderseite setze ich mir auch noch so ein bisschen was hin. Wunderbar, dann ist er hier schon super getarnt. Zu guter Letzt holen wir uns noch einen Drachenkopf raus, Schwarz-Eichen-Zauntor, einen Endstab und Viva-Skelettschäle. Ja, die Schäle sind ganz einfach zu erklären. Die verwenden wir für den Turm noch ein bisschen hier als Deko. Am besten mal so setzen, dass man das Gesicht der Köpfe nicht sieht. Ich werde mir natürlich noch hier so ein kleines automatisches Geschütz umplatzieren. Einmal den Enderdrachenkopf da rein. Dann einmal das Zauntor vorne ran. Und dann setzen wir da noch den Endstab hin und fertig ist oben auch unser schönes Geschütz. Man könnte noch ein paar Auspüffel hinten machen. Da einfach nochmal zweimal Zauntor platzieren und dann ist unser Panzer auch schon fertig. Dann sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Dein russischer Panzer, der T-14, steht jetzt auf deiner Welt. Du kannst ihn natürlich so oft wie möglich bauen, um deine Minecraft-Fade zu beschützen. Ansonsten findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonnier den Kanal. Dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haut rein und ciao.